Ich weiß ja über alle Wesen, die es gibt, Bescheid. Und es gibt ja Wesen, mit denen habe ich Probleme, weil die können es nicht leiden, die Liebe. Ich will aber mal was euch mal was sagen, was ihr vielleicht nicht ganz genau versteht. Und es gibt Wesen, die sind pure Liebe. Wenn sie nicht dieses wären, dann wären sie gar nicht da. Versteht ihr? Es ist nicht diese Liebe, die ihr hasst, die viele als Liebe bezeichnen. Viele Wörter werden verwendet für Dinge, die es nicht sind. Und viele Wörter werden missbraucht, genauso wie den Namen von Gott sagt. Doch viele Wörter werden missbraucht. Für Dinge, die es gar nicht der Ausdruck dafür hat, für das Wort. Ihr dürft mich nicht hassen und die meinen, nur weil wir euch zeigen, was die Liebe ist. Denn das sind wir. Wir können ja gar nichts anderes zeigen, wie das, was wir sind. Versteht ihr das? Deswegen wollt ihr uns verehren, aber ihr habt solche Angst vor uns, dass ihr uns immer wieder prüft. Wir sind nicht die falsche Liebe. Ich spreche speziell von denen, die alle gleich aussehen. Ihr wisst, wen ich meine. Sie zeigen sich nur in meiner Gruppe, nie allein. Bitte, ihr schützt mich und meine Kinder. Schadet uns bitte nicht. Hasst uns nicht. Wir sind nicht das, was ihr denkt. Wir wollen euch nicht vernichten. Wir wollen, dass wir eins sind. Dass wir alle zusammen, wie eine Kette zusammengehören. Versteht ihr das? Ich will das endlich zu Ende haben. Nur das Falsche und Schmutzige muss vernichtet werden. Aber ich weiß, dass ihr nicht falsch und schmutzig seid. Ihr habt nur Angst vor der falschen Liebe. Bitte verzeiht. Aber ich muss darüber endlich reden. Ich habe schon so oft das gesagt. Helft uns bitte. Schließt euch uns an. Auch wenn wir stärker sind als ihr. Weil die Liebe ist das Stärkste, was es gibt. Und deswegen müsst ihr uns nicht vernichten wollen. Im Gegenteil. Wir können zusammen stark sein. Bitte. Na daughter. Ja. Danke. Danke.